Ja? Hi. Mary ist noch nicht zurück. Was dagegen, wenn ich auf sie warte? Nein, gar nicht. Hoffentlich ist alles gut gegangen. Wieso stehen die noch da? Sie muss ja ordentlich trinken. Mary hat ihr von dem Speaker erzählt. Oh, ach so. Mary hat gesagt, sie möchte euer neues Leben in Amerika nicht mit einem Betrug beginnen. Mary. Ich befürchte das aber nichts mit unserem neuen Leben. Vielleicht hat sie es ja auch ohne Speaker geschaut. Und? Es war voll viel. Herr Berger hat mich gerade abgefangen. Er hat schon mal ein Auge drauf geworfen. Verdammt. Oje. Das Lernen mit dir hat es gebracht. Du hast mir alles super erklärt. Ich habe jede Aufgabe gelöst. Das ist garantierte zwei mindestens. Ja. Ja.